hallo hallo hallöchen hallo 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 meine lieben es ist soweit tatsächlich das letzte video was ich jetzt mache für den zeitraum der hot beta wir haben gemeinsam schon vieles antesten dürfen wir haben uns die spezialisierungen in den betas angeguckt den wiedergängern den betas angeguckt und einige teile der karten ich bin für mein teil schon sehr sehr gespannt wie das alles im endeffekt aussieht war ja doch auch einige änderungen schon bekannt gemacht worden die aber im großen und ganzen ich eher überzeugend fand ja also ich bin momentan absolut im hot fever ich freue mich sehr dass die mich spielen zu können und zum grönen abschluss habe ich jetzt noch die möglichkeit bekommen auch was an euch weiter zu geben und zwar habe ich durch arena net zur verfügung gestellt bekommen fünfmal ein 400er gem card kommt für jeweils einen glücklichen gewinner von euch und fünfmal so ein ei mit einem zufälligen mini pad drin was ihr tun müsst um eine chance auf den gewinn zu haben ist ganz einfach ihr hinterlasst mir unter diesem video einen kleinen kommentar und zwar wüsste ich gern von euch worauf ihr euch am meisten freut in hot und ich werde das ganze dann auslosen den preise haben wir im endeffekt und bekannt geben werde ich die dann am 24 sprich kurz nach release von hot dann dürfen sich fünf glückliche gewinner freuen die dann direkt mal gem card code haben mit hot weil da gibt es dann bestimmt auch bald wieder nette neue dinge im item shop und fünf weitere dürfen sich über minipads freuen ja ich zeige euch im abspann gleich noch mal eine auswahlmöglichkeit um auf die bisher gemachten videos von mir zu kommen falls ihr doch noch mal wo reinschauen wollt und euch schon mal vorher schlau machen wollt wie so die spezialisierungen sind oder ähnliches und wir sehen uns dann demnächst